Man sollte nicht über den Menschen regeln. Lass das Wissen regeln. Das Buch der Lichter, das Buch der Bücher und der Heilige der Menschheit. Aum. Herzlich willkommen meine Lieben zu Folge 2. Die Bibel lügt. Nun ist Lüge ein etwas hartes Wort. Und Nila Kanter sagte immer, Lano, pass auf. Also gut. Aber irgendwo müssen wir ja mal sozusagen die Grenze ziehen zwischen Erfindung und Wahrheit und Interpretation und Wahrheit. Und ich hoffe mit meinem Buch, die wahre Bedeutung der Bibel, natürlich auch mit den anderen Büchern, Buch des Lichts, Elfbände und so weiter. Aber diese ist also praktisch spezialisiert auf die Bibel. Wobei alle zwölf Bände des Buches des Lichts dann insgesamt auch die Bibel sind. Aber vielleicht in einer Form, die etwas mehr Sinn macht. Also heute wollen wir mal zum Begriff die Bibel überhaupt kommen. Und falls ich das schon mal gemacht habe bei anderen Vorträgen, trotzdem meine Lieben, Wiederholung ist der beste Lehrmeister. Kann ich hier nur zusammenfassen. Viele Fragen kommen gerade auf dieser Seite, gerade bei der ersten Folge. Und dann sage ich immer, ja liest das Buch und die Antworten auf die Fragen werden dann sukzessive gegeben. Ja, du willst ja nur ausweichen. Meine Lieben, Geduld, Geduld. Also, die Bibel, das kommt ja von Bibla, ja. Ta Bibla. Welche Sprache? Lateinisch? Na, Griechisch. Und das heißt, die Bücher. Ta Bibla. Und, aber auch das Buch der Bücher. Die Heilige Schrift. Man könnte sagen, die Bibel ist, also laut Auskunft, eine Sammlung von Heiligen Schriften. Ja. Und, die werden von den Christen als Urkunden der göttlichen, geoffenbarten Religion angesehen. Ich muss dazu gleich sagen, das Buch des Lichts, im Original und auch in Übersetzung, ist natürlich die Quelle. Nicht nur aller Religionen, sondern Wissenschaften und so weiter. Und weil wir heute diese Probleme haben, brauchen wir eine vereinende Schrift. Und die ist das Buch des Lichts, inklusive seiner Zweigschriften. Wir haben eine Einteilung der Bibel in Altes und Neues Testament. Viele argumentieren dann, ja, das Alte Testament sagt, du sollst alle Homos töten. Dann sagen die Christen, ja, das war damals. Ach, hat der liebe Gott seine Meinung geändert. Meine Lieben, ein bisschen Humor muss dabei sein, ja gut. Also, wollen wir uns mal da durchwühlen, durch diese Daten und Dateien und Informationen. Das Alte Testament wurde ja, insoweit es vom Judentum anerkannt war, in hebräischer und aramäischer Sprache geschrieben. Und das Neue Testament, in griechischer, in griechischer. Und haben die lieben Juden, ich bin ja auch jüdischer Abstammung von mir, sagen sie, manche sagen, ich wäre Antisemit, weil ich ja gegen mich selbst. Also, die, ich versuche das jetzt mal auch hier zusammenzufassen, die Juden haben im Alten Testament, ja, die Urkunden der göttlichen Offenbarung gesammelt. Urkunden der göttlichen Offenbarung. Und, ähm, da gibt es die Tora und das Pentateuch und Propheten und Hagiografen und so weiter, wird alles erklärt. Aber, das Kanon des Alten Testamentes, also Tora und Pentateuch und die Propheten und die Hagiografen, soll ja kurz nach dem Exil durch Ezra, der hat 458 vor Christi gelebt, angeblich die Juden aus Babylon führte. Und, meine Lieben, also an alle Historiker, es gibt natürlich keinen Beweis dafür, dass ein Moses irgendjemand aus der Gefangenschaft, wird alles hier erklärt, ja. Gut, so. Eine Reihe von den Schriften war damals noch gar nicht verfasst, also so geht's mal los. Sag mal, ich habe abgenommen, merkt ihr das? Fünf Kilo. Gut. Das Neue Testament aber hat Schriften der christlichen Religion mehr, ja. Die sind also inspiriert von der, wie sage ich es vorsichtig, wie sage ich es meinem Kind, von der christlichen Kirche, ja. Heilig, apostolisch. Und sie beschreiben eigentlich die urchristliche Zeit und die Geschichte Jesu. Und deshalb gliedert sich das Neue Testament in historische Bücher, also Evangelien, Apostelgeschichte, und in didaktische Schriften, biblischer Art. Paulinischen und katholischen Briefe und die Offenbarung Johannes. Oh, da werden wir mal sehen, was hat das, was, fingen immer die Haare in die Mitte. Was hat das damit auf sich? Eine prophetische Schrift, meine Lieben, prophetisch. Das Buch des Lichts sagt, spricht von 311 Billionen 40 Milliarden Jahren, von denen die Hälfte vergangen ist. Und das, was da passieren wird noch in großem Umriss, sagt das Buch des Lichts voraus. Kennt ihr eine Schrift, die also noch 150 Billionen Jahre voraus etwas sagt? Ich glaube nicht. Und von den Zweigschriften, wenn ich mal über den Neandertaler spreche und so Sachen, Adam und Eva, wird immer mehr abgeschrieben von der orthodoxen Wissenschaft. Und dann sagen sie, wir haben es behauptet. Aber ihr, meine Lieben, wisst, wo es zuerst stand. Gut, so. Also das Alte Testament wurde ja von den ersten Christen nur als Offenbarungsurkunde bekannt. Da kamen ja später noch die Sprüche des Herrn hinzu und so weiter. Vor der Mitte, ich muss mal, ich weiß, ich langweile mich ein bisschen, aber ich muss ja auch mal bei der Sache bleiben, umso sachlich. Vor der Mitte, also second century, des zweiten Jahrhunderts nach Christi, gibt es keine sichtbaren Beweise oder sicheren Beweise auf apostolische oder paulanische Briefe. Guck mal, das Hebräer-Evangelium und das Ägypter-Evangelium waren ja davor in Gebrauch. Man kann die auch als Evangelien-Schriften bezeichnen oder beschreiben. Und später dann Apokriff. Es fand also, und darum geht es hier eigentlich in unseren Vorträgen, eine ständige Umschreibung statt. Ständig wurde was geändert. Und wenn heute unsere lieben Muslime sagen, der Koran wurde nie geändert, dann stimmt das nicht. Du wirst tausendmal umgeschrieben. Z.B. der Martion, das ist im Mitte, 2. Jahrhundert, ja, nach Christi. In der Absicht, die urchristliche Lehre wiederherzustellen, hat das Evangelium des Lukas und die 10 paulanischen Briefe verstümmelt. Verstümmelt. Wir haben ja zwei Arten von Bibel, das wisst ihr, eine Vulgata und eine lutheranische oder lutherische Bibel. Nun wissen wir, dass Luther bestimmt kein Vorbild war. Das war nach Aussagen seiner Historiker einer der schlimmsten, die du dir vorstellen kannst. Gut, also da muss man wirklich sagen, ja. Aber, was soll ich reden? Nun, ich bin nicht vollkommen, aber ich gebe die vollkommene Lehre weiter. Vielleicht hat Luther die vollkommene Lehre weitergegeben. Wollen wir mal sehen. Warum heißt die Bibel Vulgata, die Vulgata-Bibel-Vulgata? Na, weil sie vulgär ist. Ja, deshalb wird mein Name gewählt. Für das Volk. Für das vulgäre Volk. Vulgata. Kommt schon nah an Vulvaran. Na gut. Da ist die Übersetzung hauptsächlich von Hieronymus. Und das wurde dem Lehrgehalt der katholischen Kirche angepasst. Das heißt immer angepasst, angepasst, angepasst. War zehn Jahre im Kloster. Ich weiß, was los ist. Also an der Bibel wurde ständig herum geändert. Umgeschrieben. Und ja, gefälscht. Absichtlich. Die Reinkarnationslehre wurde entfernt. Warum? Ja, die Popen wollten, oder die Kirche wollte. Dass die Leute sagen, wir haben nur ein Leben. Das schaffen wir nicht in dem Leben. Dafür haben wir euren Jesus. Tretet unserem Verein bei. Und in einem Leben seid ihr erlöst. Alle Sünden vergeben. Der ist ja für euch gestorben. Meine Lieben. Und deshalb ist es wirklich angesagt jetzt, in dieser Vortragsreihe, Gnadenlos mit dem Buch des Lichts und seiner Zweitschrift hineinzuleuchten. Denn wir müssen von Glaubenden zu Wissenden werden. Also die klassisch deutsche Bibelübersetzung ist ja von Luther. Die Lutherbibel. Aus dem Griechischen. Neuen Testament. Hierzulande am weitesten verbreitet. Naja, dann war später in, ich glaube, 1530 oder 14 erschien die gesamte Bibel in der Übersetzung. Und bis zu seinem Lebensende hat der liebe Martin Luther an der Vervollkommnung dieser Bibel gearbeitet. Ich will euch nicht zu sehr schocken, aber irgendwann muss ich auch mal drauf kommen, was dieser Mann war und was der für Aussprüche gemacht hat. Na gut, also. Der Luther konnte Entschuldigung, dem Volk aus dem Maul schauen, hat die Bibel nach Belieben übersetzt, so dass auch die Metzgerfrau und der Bauer sie lesen konnten. Ja? Ihr guckt mal, es gab ja eine Zeit, weil die lateinische Bibel, die durftest du gar nicht lesen, konnte auch gar keiner lesen. Das war nur den der Kirche vorbehalten. Und die haben die lateinischen Worte gehört, ja? Et com spirito tuo, quatera demonstrandum, Amen und so. Und waren voller Ehrfurcht. Wer sowas sagt, der muss ja recht haben. Ich verstehe es zwar nicht, aber es macht Sinn. Genau. Und wie ich immer so schön sage, und dem Himmel ist Jahrmarkt. So, und ich meine, der Luther, der hat schon, der hat einiges Gutes schon gemacht. Der war gegen den Ablasshandel. Ach, der Ablasshandel geht bis heute. Komm, hör auf. Wenn du also arm warst, dann hast du ein paar Groschen bezahlt, dann konntest du für mindestens fünf Tage in den Himmel nach dem Tod. Hm. Hast du ein bisschen mehr bezahlt, das ist schon eine Woche. Ja, wenn du natürlich der Kirche hunderttausend Kulsen oder sonst was spendest, ja, da bist du Millionen von Jahren im Himmel. Hm. Ich sage euch das, das läuft bis heute noch so. Ja, was glaubst du denn? Na gut. Luther sagte, es gibt eine Hölle und die Kirche ist auf ihr erbaut. Oh. Interessant. Ja. Habe ich bisher eine Lüge verbreitet? Nein, es ist alles hier. Ja, ja, also, es gibt Widersprüche und sagen wir mal Lügen, aber nicht alles. Aber wir müssen uns doch mal auf dieser Basis fortbewegen, um dann zu sehen, was könnte stimmen oder was nicht. Ehre sei dem Buch des Lichts. Naja. Da gibt es dann auch revidierte Fassungen in der Lutherbibel und so weiter. Ständiges umschreiben. Ja. Also, wenn du die Bibel liest, darfst du keine Vernunft walten lassen, denn dann macht es keinen Sinn. Und deshalb sagen ja die Leute, du musst halt glauben. Ja, aber glauben heißt nicht wissen. Und wir müssen von Glaubenden zu Wissenden werden, sage ich. Sagt das Buch des Lichts. Ich sage gar nichts. Meine Lieben, ich. Die Leute sind immer schockiert. Und ich sage, warum sagst du das? Ich habe überhaupt nichts zu tun mit dem Buch des Lichts. Man hat mir das diktiert. Lass mich doch in Ruhe. Ja. Ihr immer mit euren Gurus und Vorbildern, die ihr braucht. Das Buch des Lichts. Die Lehre ist das Vorbild. Ja. Ich habe damit nichts zu tun und ich verbitte mir das übrigens, da irgendwie eine Vorbildrolle zu nehmen. Ja, von wegen. Da kenne ich viele, die sind besser als ich entlang der Lehre. So. Habe ich das mal gesagt wieder. Gut. Und der Luther hat schon irgendwie was Interessantes auch gesagt. Er hat gesagt, Glaube muss Vernunft. Nee, Quatsch. Glaube muss Vernunft töten. Ja, denkste. Im Gegenteil. Du musst von Glaubenden zu Wissenden werden. Und wenn jemand ein Glauben hinterfragt, dann heißt es, frag nicht, du musst glauben. Falsch. Er schreibt also gegen die Vernunft. Und er sagt, Vernunft und die Weisheit unseres Fleisches verdammen die Weisheit von Gottes Wort. Ja, ich denke, der hat uns erschaffen. Dann ist er doch verantwortlich dafür, wie wir unsere Vernunft benutzen oder nicht. Dann würde ein Luther sagen, ja, er hat ihn im freien Willen gelassen. Dann sei es ja noch schlimmer. Als allwissender Gott hätte er dann zuvor schon wissen müssen, wie der Mensch den freien Willen, der ja nicht vom Menschen kommt, der von Gott gegeben ist, wie er den benutzen würde, um dann aus dem Paradies zu fallen. Da wäre Gott ja fünfmal mehr verantwortlich. Und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Gut. Jetzt habe ich mich wieder ein bisschen aufgefunden. Na ja, der Luther hat die die Versuchung des Fleisches verdammt und es ihnen am meisten erlegen. Da kommen wir noch dazu. Erinnert mich an so einige unserer kirchlichen. Und er sagt, auf Erden gibt es nichts Schlimmeres als die Vernunft. Dem widerspreche ich. Der Glaube sagt, er muss alle Vernunft, Sinne und Verstand mit Füßen treten. Nö. Umgekehrt. Lieber Luther. Und natürlich hat er auch die Thesen nicht an eine Kirche in Wittenberg geschlagen. Gut. Kommen wir noch dazu. Er stellt sogar den Glauben höher als, also über die Tugend. Das sagt er, tut das nicht. Sittenreinheit ist eines der, oder das Anstreben von Sittenreinheit, das sind ja alle keine Heiligen, ist eines der höchsten Werte, die wir haben. Indem wir uns lösen von den körperlichen Verlangen. Ihnen nicht zu viel Dominanz geben, sag ich mal. Und dann sagt der Luther natürlich, das ist alles vom Teufel, dieses ganze Vernunft. Er sagt, wie schön, dass der Mensch den Teufel hat, er kann alles drauf schieben. Genau. Sagen auch die Priester dann, ja, der Teufel hat mich verführt, mit kleinen Ministranten, wie der so lang lief, ich konnte nicht widerstehen. Ja, genau. Martin Luther war, und wir müssen auf ihn zu sprechen kommen, ein Hexenjäger par excellence. Ja, der hat kurz einen Prozess gefordert, für Andersgläubige, tolle Strafe, für alle Täufer und Ketzer. Der Folter war er auch sehr zugetan, ja, und der Antisemit per se, war Martin Luther. Ja, so einem folgen sie hier, ja, da sagt er nichts dazu, oder? Er schreibt in 1543, gegen mich schreibt er, von den Juden und ihren Lügen. Das ist unglaublich, mein Lieben, ich muss euch das mal kurz vorlesen. Also, wir hatten ja heute das Thema, warte mal, naja, da muss man schon, das beides vereinen, die Bibel und Martin Luther. Er schreibt, in 1543, von den Juden und ihren Lügen, man stecke die Synagogen oder Schulen der Juden mit Feuer an, schreibt Martin Luther, historisch belegt, von seinem persönlichen Historikern aus, zerbreche oder zerstöre ihre Häuser, nehme ihnen alle ihre Betbüchlein und Talmudisten, verbiete ihren Rabbinern bei Leib und Seele hinfort zu lehren. Zet 3, Zet 3, Zet 3. Nicht ohne Grund, meine Lieben, sind 1938, die Synagogen an Luthers Geburtstag, haben die gebrannt, 1938. Hm? Hm, ja, ja. Und, ja, ich, ich, pass mal auf, ich hab euch gewarnt, jetzt kommt Luther! Das Bürschlein. Alles historisch belegt. Er schreibt über die Frauen. Ob die Frauen aber auch müde und zuletzt Tod tragen, das schadet nicht. Lass sie nur Tod tragen, sie sind ja da so da. Meine Lieben, ich will euch nur darauf aufmerksam machen, ihr folgt einer Schrift von so jemandem, der ja auch behauptet, er hat das dann alles umgeschrieben und mal, ich behaupte nicht, ich hab nur geschrieben, was mir diktiert wurde. Der Luther aber hat fertiges Material genommen und hat es nochmal umgewurschtelt. bis 1591 hat Luther sich noch überlegt, ob Frauen Menschen sind oder nicht. Wusstet ihr das? Alles positiv, Lehrer. Ich zitiere in original Luther-Deutsch. Sogar in der Ehe, sagte Luther, ist Sex Sünde und sagt, Kein Ehepflicht und gesund Geschicht. So schreibt einer, der selber mit einer Nunne verheiratet war und rumgehurt hat, bis zum Gehen nicht mehr. Das ist alles historisch belegt. Ja, und gesoffen und gefressen hat, aber bis der Bauch platzte wahrscheinlich. Der Martin Luther schreibt 1545 in einem autobiografischen Rückblick und ich lese das für euch, meine Lieben, damit ihr seht, der hat sich da was zusammengeschustert und dazu beigetragen, dass die Religionen sich noch mehr spalten. Das Buch des Lichts vereint und nimmt ihm die Aggression aus der Sache. Es sagt, alle Religionen haben recht, wenn wir ihren Kern verstehen, das ist ja klar. Gut. Er schreibt also Martin Luther in 1545, ich konnte den Gerechten, die Sünderstrafenden Gott nicht lieben. Nein, ich konnte den Gerechten, die Sünderstrafenden Gott nicht lieben. Also diesen Gott, den Gerechten, die Sünderstrafenden Gott, konnte er nicht lieben. Im Gegenteil, sagt er, ich hasse Gott. Das hat Martin Luther geschrieben. Ich hasse Gott. Wenn ich auch als Mensch untadelig leben würde, was er natürlich nicht gemacht hat, fühlte ich mich doch vor Gott als Sünder und mein Gewissen quälte mich sehr. Na, umso mehr muss ihn sein Gewissen gequält haben, wenn man weiß, was er wirklich gemacht hat. Ja, er schreibt, ich wage nicht zu hoffen, dass ich Gott durch meine Genugtuung versöhnen könnte. Und wenn ich mich auch nicht in Lästerung gegen Gott empörte, so murrte ich doch heimlich gewaltig gegen ihn. Oh, als ob es noch nicht genug wäre, schreibt Martin Luther, dass die Elenden und durch die Erbsünde ewig verlorenen Sünder durch das Gesetz des Dekalogs mit jeder Art von Unglück beladen sind, musste denn Gott auch noch durch das Evangelium Jammer auf Jammer häufen und uns auch durch das Evangelium seine Gerechtigkeit und seinen Zorn andrehen, der geht also hier voll gegen Gott vor. Nicht wissend, dass er Gott ist, er ist ein Gott im Werden, das lehrt das Buch des Lichts. Damit sind alle Fragen gelöst und Probleme. Du bist so unvollkommen weil du dich selbst verursacht und geschaffen hast so lange her als du dich nicht mehr erinnerst aber die Grundlagen dir für die Basis hast du gebracht und wurdest von anderen auch noch assistiert darum steht ja auch in der Bibel wir haben den Menschen erschaffen wir sind eben mehrere Kräfte die die zeitlos ewige und sterbliche todlose Monade versehen mit Hüllen Im Römerbrief 1 17 da sagt der liebe Luther also der kommentiert den darin im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit offenbart und damit wollte er nichts zu tun haben hätte er aber die wahre jetzt pass mal auf ihr Lieben Mensch wenn Luther vielleicht hört mich Luther in den oberen Eben hätte Luther die wahre Bedeutung der Bibel erkannt verstanden hätte er die Möglichkeit gehabt das Buch der Licht sagen wir schon zu lesen dann wäre ihm solch ein dummes beleidigendes gottbeleidigendes törichtes schreiben und das schreiben der Luther Bibel erspart geblieben meine Lieben darum ist die Zeit jetzt gekommen mit einem Entschuldigung naja was soll ich machen ich wurde mit doppelter Lungenentzündung geboren dass ich noch lebe ist ein Wunder und damit wollen wir mal schließen hier Folge 3 wird heißen die Lügen der Bibel und die Kirche und die Kirche Ehre sei dem Buch des Lichts na lügen lügen die lügen die lügen man mal bin ich traurig fühl mich so allein ich frag mich warum muss das denn so sein ich hör eine stimme von oben herab und weißt du denn nicht wie lieb ich dich habe danke jesus ich hab mein jesus mein jesus so lieb er ist gottes sohn der sein leben mir gibt durch seinen tod bin ich neu geboren ohne mein jesus da wäre ich verloren die welt ist böse die menschen sind schlecht der arme muss leiden der reiche kriegt recht so hab ich gedacht bis jesus ich fand er hat mich gerettet nahm mich bei der hand ich hab mein jesus mein jesus so lieb er ist gottes sohn der sein leben mir gibt durch seinen tod bin ich neu geboren ohne mein jesus da wäre ich verlor die mama ist tot der papa ist weg manchmal da fühl da fühlte ich mich wie der letzte dreck ich bin ein versager in sünde geboren ohne mein jesus da wäre ich verlor und darum hab ich meinen jesus so lieb ich ich hab mein jesus mein jesus so lieb er ist gottes sohn der sein leben mir gibt er kommt zu mir in der nacht heimlich wie ein dieb ich hab mein jesus mein jesus so lieb da wäre ich verlor ohne mein jesus da wäre ich verlor danke jesus danke